Hallo zusammen, das ist das Internet aus der Dose. Es gibt doch einige Videos im Internet von Babywombats mit beißenden Füddlis. Noch verrückter aber ist, dass sie nur alle 14 Tage kracken. Wombats sind Beuteltiere, das heisst genau wie Kängurus haben auch sie ein Beutel. In Marokko gibt es eine Stadt, wo alles blau ist. 1471 gründet, gibt es sie schon ziemlich lange. Trotzdem weiss irgendwie niemand, warum die Stadt blau ist. So sieht ein riesiger Eisberg aus, der umkippt. Und das ist schon faszinierend, wenn man denkt, dass der Eisberg jetzt einfach über 1000 Jahre unberührt unter Wasser war und jetzt zum allerersten Mal Sonnenlicht sieht. Und wenn wir gerade schon von Glitschern sprechen, wenn die Teile vom Glitscher ins Wasser abfallen, sagt man dem Kalben. Dieser Gletscher hier in Alaska kalbt gerade nach über 30 Jahren wieder mal. Kalbparty. Die Schildkröte ist mega schnell. So hat sich der Vietkong während dem Vietnamkrieg von amerikanischen Soldaten versteckt. Der Vietkong hat aber nicht nur Personen versteckt, nein, es haben auch solche Sachen auf die Amerikaner gewartet. Das ist das Ende dieses Videos. Ich hoffe wirklich, euch hat es gefallen und dass wir uns bald wieder sehen. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020